So, und schon geht's weiter bei WWE Wrestlemania 19. Jetzt haben wir ja nur noch drei Missionen im Parkinglot vor uns. Und ja, einen riesen Truck müssen wir kaputt machen. Von Vince McMahon. Sollte ja nicht allzu schwer sein. Hoffe ich. Ah, okay. Nur vier Gegner aufs Dach vom Truck schmeißen. Oh ja. Aber nicht bei dem Verkehr. Wo ist denn der? Ah, da ist der Vorschlaghammer. Oh, Scott Steiner. Wo ist der? Ey! Ach, da hinten ist Scott Steiner. Ach, willst du nicht sagen? Ich muss zu denen da hinten hin. Ja, ich denke. Das wird ja wieder spannend werden. Ja, genau. Opfer dich. Hä? Opfer dich! Der will sie nicht opfern. Ja, und hier sehe ich nicht so viel. Weil wenn nichts kommt, dann renne ich hin. Beobachte ich es mal kurz. Eins. Zwei. Und dann eins. Okay, wenn der vorbeigefahren ist, kann ich hinrennen. Da warte ich schnell. Okay, drei Autos. Äh, hinrennen. Herzah. Ah, ja. Wollte mit einem Fass nach mir schmeißen. Au. Ich hab leider kein Vorschlaghammer. Ja, da hinten ist das Fass. Das ist gut und schön. Ja, Scott Steiner schaut noch zu. Der Genetic Freak. So, DDT. Den schwäche bisschen, dann hau ich mit einem Chokeslam aufs Dach. Neun. Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü. Das ging schnell. Das war mein ursprünglicher Plan. Zwar nicht jetzt einfach reinschmeißen, sondern mit einem Chokeslam. Okay, jetzt wissen wir, wie wir vorgehen müssen. Und zwar nicht so. Weg, weg, weg. Jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich nicht mehr die Zeit, weil der jetzt da ist. Machen wir es halt einfach. Warte ich jetzt genau. Bleib flacken. So. Uh, knapp, knapp. Und ich bin wieder hier. Der Security Officer ist ein Vollidiot. Eliminiert sich gleich mal selber. Ah, ich will nicht weiter runter. So, schauen wir mal, ob das einfach so klappt. Ja. Jetzt kann es sein, er ist weg. Und der nächste. Okay, ja. Ah, nein. Das war ein Glück. Das ist jetzt nicht so geil. Ah, okay, aber ich komme so hoch. So, irgendeiner. Mir wurscht wer. Ja. Klappt es? Ja. Ja, ruf du nach Hilfe. Mir wurscht. Ich schmeiß den nächsten durchs Dach. Das ist alles Risiko, was ich mache. Aber, wenn jetzt keiner eingreift, habe ich es geschafft. Ja. So, nur noch zwei Missionen. 9.455 Dollar verdient. Okay, nur die Security loswerden. Wenn es nur das ist. Was nicht das ist, wo man die Security in den Verkehr, genau, schmeißen muss. Genau. Oh. Nett. 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 Das dürfte... Ah, okay. 10. Leute. Muss ich da in den Verkehr reinschmeißen. Au. Wo ist der Vorschlaghammer? Ach, warte mal. Okay. Okay. Es ist sehr riskant, was ich jetzt hier vorhabe. Es ist sehr riskant. Au. Wobei, warte. Ich bin hier safe. Da ist ein Stahlrohr. Wenn die jetzt halt nicht blocken. Könnte es ganz einfach werden. Und komm, eliminate jetzt. Nee. Das wird jetzt ein bisschen tricky. Jetzt komm her. Ich will dich grappeln. Nee, das klappt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber gar nicht so. Werdet ihr voll vermöbelt. Das läuft gar nicht nach Plan. Aber überhaupt nicht. So. Wenn ich Glück habe. Ja. Ja. Oh, nein. Nein. Ja, das ist halt ziemlich risikoreich. Ja. Das ist halt ziemlich risikoreich. Ja. Und das ist halt ganz einfach los.